lauf zombie lauf lauf du schaffst es gleich lauf ja komm du hast es gleich geschafft sehr schön wunderbar ein kleines stückchen noch so meine freunde willkommen hier zurück zu daisy ja ich habe ich habe ich muss es ja gestehen ich habe mal so extern so ein bisschen auf dem zweiten monitor die karte offen so aber ich versuche es zu vermeiden ich will nämlich ständig auf die karte gucken und zu sehen wo ich lang muss ich will das ja irgendwann mal so ja so drin haben und zu wissen du musst da lang aber wichtig ist wichtig wichtig ist der grund und ich sehe habe hatte gesehen abgesehen ich bin ja ziemlich um den norden kamen es kamen es ist auch nicht so weit weg nach kamen es erst mal die normale stadt kamen es und militäre da oben ich glaube da war ich noch gar nicht selber kamen es gleich oder ich habe das damals die vorigen videos falsch mitbekommen weiß ich nicht sorry denn dafür wie gesagt wenn das video hier rauskommt ich produziere immer vor so wie es zeitlich passt momentan habe ich so eine woche vorsprung was aufnehmen angeht sage ich mal also wie ich zeit habe war hier was zu essen den nix zu essen leuchtstab nicht anzugsjacke ich habe die karte zu veroffen kann sein dass ich dann nochmal sozusagen rüber switchen muss raus tappen muss ich mal wieder muss ich dann schneiden das gibt es halt kurze standbild je nachdem bin ich raus tappen muss um das fensterchen zu verschieben von einer externen map ich glaube der sie gibt sogar die internet gibt es ja auch fürs handy einer geschrieben hatte meine app fürs handy aber wurde kann ich auch auf dem zweiten bildschirm ja ich muss mal gucken wie wir das zukunft eventuell würde ich ja ich weiß immer noch nicht was einfacher ist ohne ohne externe ohne also ohne karte ohne map zu spielen und zu gucken wo man ist oder mit wie lernt man da am besten wie habt ihr denn sie denn gelernt sage ich mal zu wissen also dass hier keine karte mehr braucht ihr seht den ort oder doch ihr wisst ihr seid da und ich muss laufen muss zum beispiel und ja so nicht weiß gerade das häuschen habe ich auch auf der karte habe ich ein 1 auf der gerade aber frage mich jetzt welche sagt ist also dieses häuschen dahinter müsste dann eine plantage kommen die figur ja die figur die hat man auch auf der map ist nur die frage bin ich jetzt schon da gekommen oder da ist die kirche die große kirche diese gibt es mich schon los weil jetzt nebenbei stehe ich hier halt rum und gucke nebenbei auf dem zweiten bildschirm zu gucken wo ich bin oder das wollte ich ja nicht ständig irgendwie nach zu gucken was zieht das video auch irgendwie finde ich ich wollte irgendwo nach oben und die antenne nicht genau die sich jetzt momentan gar nicht wenn das da oben war suchen wir gerade irgendwie so orientierungspunkt da oben haben wir ja was haben wir denn da oben zwei hoch häuser auch durch die externe map jetzt habe keine ahnung wo ich jetzt gerade welche ecke ich jetzt gerade bin das gucken wir einfach mal oben nach leckere dosen sardinen sind immer gut können wir natürlich mit der schaufel aufmachen los und öffnen habe ich nicht mittlerweile irgendwie so mit der schaufel aufmachen sagt schon wieder schaufel mit dem sparten natürlich hallo bitte aufmachen danke ja es gibt da so einen server mit im game card durch den mod da kannst du direkt sehen wo du bist ist natürlich einfach ne also einfacher geht es dann halt nicht war ja klar wenn man mit sparten die dose aufmacht bleibt nicht viel über ne das ist denn nicht so ergiebig so da ist ne kirche so hier verlassen wir ist halt nur die frage welche ist es der ne zombie ist da ich hau hier einfach ab und folge der straße und guck dir nach auf der externe map das ist nämlich einfacher folgen wir jetzt einfach mal der straße und dann gucke ich wo ich ankomme nächstes dorf und dann weiß ich denn wo ich denn da bin bevor ich jetzt die ganze zeit hier hin und her lauf ist mir sowieso alles viel zu groß ich mach das ja nicht wenn das alles so groß ist wurde eigentlich zu den antennen habe ich auch schon wieder jetzt ganz verschleudert verschleudert vor allem wo die antenne ist naja beim nächsten mal ich war ja nicht das letzte mal hier oben an der ecke auf der ecke ist auch gefährlich hier oben hier können auch wölfe kommen ne denn ist sowieso vorbei wenn sie jetzt kommen einen Das war's für heute. Ich bin auf jeden Fall sehr, 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 sehr weit oben. Oh, schön, da mit der Sonne da. Durch die Bäume, die so faulig, die Sonnenstrahlen. Ich find das so gut. Oh, das kommt gleich im Map-Ende. Ich müsste eigentlich nur den roten Pfad folgen, wenn ich den jetzt auf Anhieb gefunden hätte. Wie gesagt, ich wollte jetzt nicht stundenlang auch noch den... Da... Wie hieß das Dingsbums da noch? Novo, sag ich mal die Abkürzung jetzt. Novo-Temid-Rost-Dingsbums da. Jetzt nicht ewig gucken, wo genau ich bin nach Karte und... Ah, nee. Da hab ich einfach keinen Nerv. Dann wird das Video ja eine Stunde oder so. Deswegen einfach mal loslaufen, gucken, neu orientieren. Weil wenn du echt, also... Will man ja nicht hoffen, gönne ich keinem. Natürlich nicht, kann ja passieren. Daisy als Vergleich real-life-mäßig, ja. Bist unterwegs, hast ja auch nicht mal eine Karte in der Hand, wenn du kein Handy... Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wo kommt ihr denn her ohne Anmeldung? Ohne Anmeldung. Das war's, liebe Leute. Außer ich treffe den Alpha. Hallo, Alpha. Alpha Centauri, wo bist du? Musst du mich so... Hat irgendwie erschrocken. Ich blute, was mach ich denn jetzt? Mit dem Spaten krieg ich dir das. Mit dem Spaten. Komm her, komm ran hier. Lupp, blupp, blupp. Hinterhältiges... Hinterhältiges Pack hier. Wie viele sind's denn? 5.000, 6.000 Wölfe? 6? So schnell kann ich ja gar nicht zählen. 3, 4, ich glaub 6 oder so. Die haben Hunger, Leute. Die haben auch bloß Hunger. Ich glaube, das war's. Hat sich erledigt. Wo kam die denn auf einmal her? Wow, 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 wow. Habt ihr euch auch so schön erschrocken wie ich? Ich find's gut. Mensch. Okay. Dann spawnen wir mal irgendwo. Ja, verlassen. Nein, respawn, eigener. Toll. So schnell kann's gehen, ne? Haben doch nicht mal gejault, ne? Auf Karte. Also, man sieht, also die Wölfe sind hier oben auf jeden Fall angemeldet. Das war irgendwie cool, fand ich. Ach, so hinterhältig, wie die Wölfe halt sind, ja? Sehr schön. Wo bin ich denn nun wieder? Hallo, 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 wo bin ich denn? Bin ich da? Ach ja, ich weiß ja, wo ich bin. Nicht. Okay, nächster Orientierungspunkt. Da hätten wir ein Türmchen. Ähm. Ne, keine Ahnung jetzt. Da hätten wir einen Kran. Wir lernen wieder neu. Ich zumindest. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ich laufe einfach mal los. Das war gerade cool mit den Wölfen. Aber einfach mal so gucken, wie ein Spawn wieder. Wie gesagt, gerne. Wenn ihr sofort erkennt, wo ich bin, den Spawn, schreibt mir das gerne in den Kommentaren bereit. Die Brücke hab ich auch schon mal gesehen. Bin ich eventuell in der Nähe? Ist da hinten eine Apfelplantage. Hm. Ein Kran. Geht's da vielleicht nach Beresino da hinten? Hm. Man weiß es nicht. Ja, es könnte Beresino sein. Ja, so viele Apfelplantagen. Ich will aber nicht lügen. Da hinten haben wir einen Turm. Ach, Beresino, falls es so ist, da möchte ich aber auch nicht hin. Ja, gönne Wölfen da auch mal was. Zumindest hab ich wieder eine Pflaume. Mit dem Spaten auf die Wölfe. Ja, Halleluja. Ach, wie schön. Ist denn das ein Piano-Haus da, oder? Das Schöne an der See ist immer neu looten, ne? Man hat nix. Fängt von vorne an. Musst dann wieder gucken. Oh. Was ist denn hier los? Hallo. Bin gleich wieder down. Ich hab ne Idee, jawohl. Oh ja, eh. Ja, komm mal ran hier. Man muss ja mal was riskieren, das Militär... Militär-Container, wollte ich sagen. Die haben mich kein einziges Mal getrocknen. Ich werd ja mal besser... Was ist denn hier los, ne Dose? Die hab ich ja seit Ewigkeiten nicht mehr gefunden. Was ist denn da los? So, da oben ist ein Schild. Da kommen wir nicht rein in den Container. In den Container kommst du nicht rein. Jogging-Hose. Wird nicht... Angezeigt. Was ist denn das für ein Zombie? Kann man die mittlerweile nehmen? Man braucht echt... Ja. Und da nicht gehört, wenn man die... auch, äh... ins Feuer lebt, also aufkocht oder was? Die Dose oder heiß macht? Hat man da mehr? Also ist die Ergebigkeit... Also... Ist halt mehr, als wenn man die so aufmacht und ist. Stimmt das? Stimmt das? Hat ja mal einer geschrieben. Aber gerne nachfragen auch an mehrere Personen, äh... da draußen, die Daisy spielen. Ob das dann ergiebiger ist, wenn man die Dose heiß macht. Ist gar nix, ne? Gar nix. Ja, den anderen Server, wo ich meinte, rauf zu gehen, das ist natürlich richtig heavy. Da sind 100 von 100 Leuten maximal drauf. Da ist richtig, äh... Ich glaube, da werde ich dauersterben. Aber da hat halt so eine Ingame-Karte. Und da siehst du direkt, direkt mit einem roten Punkt, wo man halt ist. Wo man sich gerade befindet. Und braucht dann auch keine externe Karte. Ist ja auch praktisch, denn, ne? Die Frage ist ja für mich immer noch, als Daisy-Anfänger, macht das Sinn, dann... Aber ich habe immer die Angst, dass ich denn nur ständig auf die Karte gucke, um mich so irgendwie mit... so... zu orientieren, weil da hinten ist der Kran. Würde ich sagen, jetzt vielleicht... Hm, Beresino? Muss jetzt nicht Beresino sein, nur weil da ein Kran ist. Hm. Mal schauen, was die Zukunft so bringt. Ich werde das auf jeden Fall mal ausprobieren. Also mal testen mit... mit dem Server, mit der Endgame-Karte. Muss ja nicht dieser Server sein, der knallvoll ist. Weil ich möchte auch mal ein bisschen Ruhe haben, mal ein bisschen was looten. PvP ist ja nicht schlecht, aber... Dauersterben? Ne, da habe ich auch keinen Bock drauf. So, ich mache den Zombie da vorne noch. Und dann gucke ich mal hinten, was das hier für eine Ortschaft ist. Der hat einen Helm, ne? Da müsste ich eigentlich... Meine Fäuste ein bisschen tiefer halten. Aua. Der ist ziemlich aggro, der Zombie. Guck mal hier, das hat sich doch schon wieder gelohnt. Eine angeschlagene Batterie. Den grünen Helm nehmen wir natürlich auch mit. Das wird auch so ein kleines Wachhäuschen da vorne. Und noch ein Zombie. Die hätten ja sowieso sonst die Zombies. Ich mache die mal mit. Ja, komm ran hier, komm. Ich bin ja nicht so weit weg von der Küste. Dann kann man das mal riskieren hier. Lohnt sich, Leute, Zombies kloppen. Das lohnt sich immer. Risiko ist immer dabei, aber, ne? So, ich wollte da oben eigentlich... Ach ja, wegen der Dingsbums. Da vorne, das kleine Gebäude da. Eine kleine... Wachstation. Ist ja links etwa noch ein Zombie? Oh, jetzt kommen sie beide, oder was? Ja, guck nicht so lange. Komm her, komm. Ja, ich stehe hier und warte die ganze Zeit auf dich. Komm und bring mir ein bisschen Loot. Oh, pack da ein bisschen rum wegen der Treppe, oder was? Wegen den Stufen. Dennoch hat er mich zweimal getroffen. Okay. Okay. Wer ist doch, ne? Warte mal. Ach, doch. Ja. Ich bin gerade verwirrt. Warte. Doch, Sino. Das wäre Sino. Allein nur wegen dem Kran... Okay. Also, ich werde besser, ne? Ich gucke später nochmal nach, weil ich korrigiere. Ich meine das... Doch, wäre Sino. Die Abkürzung dafür wäre Sino. Als Übersetzung mal nicht, also... Ich möchte jetzt nicht raustappen. Ich habe zwar die Map... Oh, ich muss mich jetzt raustappen auf dem zweiten Bildschirm. Da habe ich... Nee. Das möchte ich jetzt nicht. Aber es ist mir... Ah, ich mache jetzt noch die großen Städte, die nicht looten, ja? Musste überall rein. Ich merke, ach, warst du hier schon drin? Warst du da nicht drin? Hast du nicht gesehen? Ein bisschen Loot, ein bisschen Essen? Ja, okay. Aber... Arbeitsschuhe... Jetzt zu Spaten, ne? Einfacher. Also noch ein paar Zombies oder so, da wollen ich nichts mehr zu essen und nichts zu trinken. Kann ich direkt weiterlaufen. Ich darf mich halt nicht so oft treffen. Dann macht das nämlich auch keinen Sinn. Nordwesten will ich. Ich will gar nicht nach Beresino. Wenn hier Beresino ist, dann muss ich da hinlaufen. Nimm mir die junge Frau noch mit hier. Oh Gott, ey. Klamotten. Sind natürlich bald hier hinüber, aber... Ah, ich misskei. Oh, Klamotten, oder? Ich muss ein bisschen laufen. Ich hab hier... Ah, wir nehmen die Police noch mit. Äh, dann dann das innere Tür zu, okay? Ist ja klar, so ein Spawnpunkt, da kriegst du kaum was, ne? Also mal direkt Spawn, der Spawn-Bereich. Ihr wisst schon, was ich meine damit. Polizei-Hose. Ja, meine Hose ist bestimmt jetzt schon ange... Oh, okay. Irgendwas übersehen hier. Auch gerne schreiben, wenn ich mal was übersehen sollte. Hauptmann, wir gerne... Auf die Fingers. Keine Waffen hier. Oh, nix. War ich da schon? Da hinten war ich schon. Da war ich hier. Also ist auch nix. Hier ist ja gar nix. Gar nix. Ah, gu, 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 okay. Ich guck da oben, egal. Wenn ich einer abschieße, dann schießt du mich ab. Es kann was drin sein. In einer Hose, in einer Jacke oder was auch immer. Siehste, da ist nämlich was drin. Aber allein schon, wenn das offene Feld und die Apfelplantagen... Dann hatte ich schon eigentlich so... Das ist, wie gesagt, so ein Stichpunkt... Na, ist das nicht ein Spawn? Nee, von Beresino, ja. Da lag ich ja dann gar nicht mal so daneben. Und so lernt... Oder merkt man sich denn das auch so zum... Ja. Zu merken? Bestimmte Ortschaften, Stichpunkte... Als Orientierung. Aber jetzt wo genau so... Da ist hier... Da, ja. Das ist natürlich... Ne? Noch nicht... Lang noch nicht alles. So. Rucksack. Wunderbar. Habe ich den zweiten Schlag... Zweiten Schlag nicht geachtet. Äh, makellos. Guck mal, richtig gut. Oh, gleich Verbände hinterher. Wunderbar. Wir müssen hier aber gleich weg. Wir müssen hier... Taschenabell hat sich jetzt... Taschenabell... Anzugsäcke für Frauen... Äh, mein T-Shirt ist, äh... Okay, weil ich ja, ähm... Ne? Ausnahmsweise. Ausnahmsweise. Essen, trinken ist in Ordnung. Also es reicht. Ich will da hin. Ne, komm weg hier. Warte, 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 warte. Äh, sind wir noch mit hier? Dann gucken wir noch mal rein hier. Ich seh nix. Boah, ist der Kran. Deswegen... Ob das denn wegen Beresino, ne? Haut ja immer hin eigentlich. Kran, Beresino... Ah, das gibt's noch nicht irgendwo anders. Auch Kräne, ne? Oder so hier, Baustelle hat ja auch mal... Gut Loot. Gut Loot. Adrenalin, Auto... Ja, ja, nimm mal mit. Da, da ist was. Ist es die Mütze, glaube ich? Oder ist es die Hose? Könnte was drin sein. Aber jetzt die Kapuze. Aber ganz ehrlich, ich möchte hier weg. Bestimmt habe ich jetzt irgendwo eine schöne Mose liegen gelassen. Bestimmt. Boah, Shotgun, so ne Standardwaffe. BK... Und sowas. Schauen wir mal hier rein. Jeans Rock, ja toll. Das ist auch nix. Ich müsste ja auch nach... Richtung Sonne müsste ich glaube ich auch. Richtung Sonne. Eine schöne gelbe Downjacke. war ich auch noch mal... Weinstromien. Das ist der Ute der Sporter. Die Waffe ist ja so gut. Alles dabei, oder was? this. Magazin... mit Dingsbums drauf, mit Jagdzielfernrohr drauf, juhu. Warum ne Sporter? Da weiß ich, da brauche ich die LRZ22 Munition. Guck mal, das kann man schon merken, ne? So ne blöde Sporter, das Steakmesser. Sehr schön. Jetzt habe ich ne Sporter, ja, toll. Besser als gar nichts, nicht beschweren. War jetzt hier so oben viel drüber laufen? Wo war das, ist die Sporter drin? Die sind, also ist das Wende? Na, will ich gar nicht wissen, weil Sporter, das muss man sich nicht merken, weil Sporter... Mh, 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 mh. Das war aber nicht... Bepzino, Bepzino... Bepzino, Bepzino... Wie sieht das so... Bepzino, Bepzino... Ich korrigiere es, falls sie hier daneben lag, aber... Ach, warte, ich habe das... Ne, das Mess... Ich kann die Keule mitnehmen, ist egal, jetzt. Die Keule haben wir da. Was habe ich das nicht... Oh. Will ich stimulieren, ja, klar. Oh. Oh. das tut doch weh was ja warum nicht wenn die zuschlagen auf die zwei schon geguckt oder nichts mach doch die schotte auf ist das hallo ok warum menschen vielleicht warum warum ist die banane kommen armband vielleicht irritieren irritieren ich bin da noch mit jemand anderem unterwegs lauf zombie lauf lauf du schaffst es gleich lauf ja komm du hast es gleich geschafft sehr schön wunderbar ein kleines stückchen noch gott warten krachen sind hier los überall stehen sie rum kommen machen sie auch noch mit da hat ja auch noch was zu essen bei die hat aber viel ausgeheilen junge dame hallo ich will ja eigentlich dahin zwischen den zwei bergen bei den sieben zwergen und da da laufen wir nochmal rüber jetzt kommen egal quer fällt ein mal schnell die blaze holen und welches video beenden wir sind schon wieder die zeit die läuft ja immer ein day sie hatte ich das adrenalin noch ja weil komm ist das weg und lauf los hier man kann ja nicht mehr so aus ausweichen wie früher so hin und her mit dem kopf und so was man kann ja noch nach links laufen und rechts ne ich glaube mehr ist auch nicht mehr möglich ein guter sniper der wenn er jetzt da gewesen wäre der hätte mich sofort schon geholt so blaze wo sind was haben wir denn hier wo ist gerade sehe ich habe noch keine handschuhe moment mal das mache ich eben auch noch improvisierte handwickel herstellen sehr schön haben wir das auch so und dieser stelle werde ich aber diese folge beenden liebe leute danke wieder fürs einschalten bis zur nächsten folge bis dahin tschüss bis dann Vielen Dank.